Da sitzt ein Hai in der Wanne und der trommelt volle Kannen. Da sitzt ein Bär in der Pfanne und der trommelt volle Kannen. Da sitzt ein Frosch in der Tanne und der trommelt volle Kannen. Frosch in der Tanne und er trommelt volle Kamm. Hai, Bär, Frosch in der Tanne gibt es gar nicht. Sorry, das war eine kleine Panne. Das war eine kleine Panne.